So, also der Kickball-Change ist einfach, wenn wir kicken und laufen quasi so zweimal mit den Füßen. Das ist eigentlich Kickball-Change. Ne, jetzt habe ich schon eins so viel gemacht. Kickball-Change. Dass wir nachher das Gewicht wieder auf dem linken Fuß haben. Okay. Kickball-Change. Und was wäre dann der nächste, zum Beispiel, also den man gleich anschließen kann? Wir könnten dann einen Shuffle-Schritt machen, das ist faszinierend. Nein, das ist faszinierend. Also das ist vor, schließen, vor. Das ist eigentlich echt einfach. Vor, schließen, vor. Ne, dann stehe ich aber so hinterher. Also mal Kickball-Change, vor, schließen, vor. Ja. Kickball-Change, vor, schließen, vor. Ja. Okay, machen wir mal kurz mit Musik. Kickball-Change, vor, schließen, vor. Ja. Du musst den Einsatz geben. Fünf, sechs, sieben, acht, kickball-Change, vor, schließen, vor. Ja. Ja. Okay. Jawahöj, dein Bye- mailing cobard! Bildak-Güldak, gellak! Hey, Mariah. Oh, okay now he was close. Das war's. Super!